Das ist eine Auffassung. Kennt ihr schon? Auf Trommel. Was er gemeint hat, ist diese... Auf Englisch sagt man Drive. Das muss nach vorne gehen. In Jazz sagt man nach vorne. Und bei afrikanischer Musik habe ich das gespürt. Der spielt so mit einer Intensität. Das ist wahrscheinlich das, was er gemeint hat. Aber Afrika kennt das Wort wahrscheinlich nicht. Intention auf Afrika nicht. Es könnte sein, aber ich kenne es auf Indonesien auch nicht, wie man das erklären muss. Intensität. Wir haben das später. In Europa, wir lernen erstmal, wo der 1 liegt. Und dann kommt es so weit, dass wir auch dynamisch spielen müssen. Aber diese Leute in Afrika lernen sofort, um dynamisch zu sein. Das ist immer sehr müde. La simplistic ist. Das ist immer Okay.